Herzlich willkommen zur Astlepios Informationssendung. Heute geht es bei uns um den Blasenkrebs. Eine Krebsart ist das, an der vor allem Männer erkranken, aber auch Frauen können daran leiden. Wenn der Tumor früh erkannt wird, dann lässt er sich gut behandeln. Und wie das geht, wie man therapiert, wie man ihn diagnostiziert, darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Prof. Dr. Christian Wülfinger, Chefarzt der Urologie an der Astlepios Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Frau Kahler. Woran würde ich merken, dass ich Blasenkrebs haben könnte? Was sind die Symptome? Ja, die Symptome können unterschiedlicher Art sein. Das häufigste jedoch, Frau Kahler, sind Situationen, wo Patienten berichten, dass sie Blutimmorien haben. Blutimmorien und zwar sichtbares Blut. Wir unterscheiden ja in der Urologie eine Mikrohämatorie, also Blut, was man im Mikroskop nur sehen kann, aber eben auch sichtbares Blut für den Patienten selbst sichtbar. Und es gibt noch eine Besonderheit dabei. Man nennt es auch die schmerzlose Makrohämatorie. Also es ist relativ typisch und auch ein Unterschied oder abgrenzbar zum Beispiel zu Entzündungserkrankungen oder anderen Steinerkrankungen oder dergleichen, wo man typischerweise Schmerzen verbunden hat mit diesem Blutimmorien. Also eine schmerzlose Makrohämatorie, sichtbares Blutimmorien, ist eigentlich das häufigste Zeichen, das häufigste Symptom für Blasenkrebs. Kann man das auch verwechseln mit einer anderen Krankheit, so Blutimmorien? Wie gesagt, es gibt auch sicherlich, also nicht jeder, der Blutimmorien hat, muss gleich das Schlimmste befürchten, sondern es gibt natürlich sehr häufig zum Beispiel Blasenentzündungen, die allerdings häufiger auch dann mit entsprechenden Schmerzen einhergehen. Es gibt bestimmte Erkrankungen im Bereich der Steine zum Beispiel, der Urologie. Steinerkrankungen können Blutungen machen und natürlich noch eine Vielzahl von selteren Erkrankungen, die auch gar nichts mit der Urologie oder der Harnblase, sondern eher mit dem Genitaltrakt der Frau zum Beispiel zu tun haben. Gibt es denn bei Blasenkrebs eine Variante oder gibt es da verschiedene? Also zunächst mal muss man sich eine Harnblase so vorstellen wie einen Raum, der verschiedene Schichten hat. Ich spreche immer gerne von der Tapete, der Unterschicht und von der Muskulatur, also gewissermaßen dem Ziegelstein, der Wand des Raumes. Und man muss wissen, dass die Blasenkrebs typischerweise von der Tapete, also innerlich in der Harnblase, von der Wand der Harnblase ausgehen. Und dort haben wir es eigentlich in 90 Prozent aller Tumoren mit sogenannten Urothelkarzinomen zu tun, also Blasentumore, die wirklich von dieser Schicht ausgehen. Und in nur 10 Prozent sind es andere Blasentumoren, die also in unseren Breiten sehr selten sind. Wir finden in anderen Ländern zum Beispiel, in Ägypten oder in afrikanischen Ländern, häufiger andere Anteile von Blasentumoren, was mit bestimmten dortigen Krankheiten zu tun hat. Aber insgesamt ist es eben bei uns 90 Prozent ein Urothelkarzinom, also auch ein bösartiger Tumor, der sich aber gut behandeln lässt. Lässt sich jede dieser Tumorarten gut behandeln? Genau. Es liegt im Prinzip daran, wie der Tumor gewachsen ist. Ich hatte das Beispiel von der Blasenwand erklärt. Und wenn wir einen Blasentumor operieren, endoskopisch in den allermeisten Fällen, dann ist es so, dass wir das Gewebe dem Pathologen schicken. Und der Pathologe kann genau unter dem Mikroskop erkennen, ob der Blasentumor eben nur auf die Tapete beschränkt ist. So ähnlich im Übrigen wie bei Darmpolypen zum Beispiel. Also wie so eine kleine Koralle, ein Tumor, der aus der Tapete entsteht. Oder aber, und das wäre das schlimmere Beispiel, dass der Tumor eben in die tieferen Schichten der Harnblasenwand einwächst. Und so wird unterschieden in oberflächliche Tumoren und invasive Tumoren. Und kann man die gut behandeln? Ja, man kann sie gut behandeln. Aber die Unterscheidung in oberflächlich und invasiv zeigt eben auch, dass wir es hier mit unterschiedlichen auch aggressiv Stadien zu tun haben. Also es gibt die oberflächlichen Tumoren, die man gut endoskopisch behandeln kann. Und bei invasiven Tumoren muss man schon größere Waffen gewissermaßen holen und zum Beispiel große Operationen machen und in der Regel vielleicht sogar die Harnblase vollständig entfernen und kann eben nicht mehr die Tumoren endoskopisch abtragen, wie wir das eigentlich in 70, 80 Prozent aller Fälle machen können. Wie funktioniert das mit diesem endoskopischen Abtragen? Sie müssen sich das so vorstellen, die Harnblase ist ja von außen nicht einsehbar. Wir brauchen also schon Instrumente dafür. Das geht heutzutage, anders als Patienten häufig befürchten, relativ komfortabel. Wir haben sehr dünne, sehr moderne Optiken, können eben eine Blasenspiegelung machen. Und an diese Blasenspiegelung gekoppelt gibt es ein Instrument wie eine Schlinge, mit der wir diese Tumoren, diese Polypen abtragen können in der Harnblase. Und bei dieser OP-Technik eben auch ganz genau in der Lage sind, diesen Tumor auszuschälen, um eben nicht zu tief natürlich zu schneiden, aber eben auch so, dass der Tumor sicher entfernt ist und noch ein bisschen Gewebe, Sicherheitsabstand gewissermaßen dazu entfernt wird. Und dann hat der Pathologe auch gutes Gewebe, um das darzustellen. Das ist ein endoskopischer Eingriff, den wir TURB nennen, die Transuretrale, also durch die Harnröhre gerichtete Blasentumorentfernung. Ein Standardeingriff weltweit, der nicht lange dauert, der in einer kurzen Narkose gemacht wird und der im Übrigen auch nicht wahnsinnig schmerzhaft ist und dem Patienten auch nur einen kurzen Aufenthalt von in der Regel zwei, vielleicht drei Tagen im Krankenhaus notwendig macht. Und wie hoch ist die Erfolgsquote, dass also der Krebs damit auch wirklich weg ist? Das ist eine ganz interessante Frage. Also die Erfolgsquote ist zunächst mal sehr hoch. Also wir können bei oberflächlichen Tumoren, weil man diese Tumoren eben mit unseren Technologien auch sehr gut sehen kann, unter Sicht alle entfernen. Und wenn sie weg sind, sind sie weg, die oberflächlichen. Bei den invasiven Tumoren haben wir manchmal das Problem, dass wir den Tumor, je nachdem wie groß er ist, eben nicht vollständig entfernen können und später eine größere Operation machen können. Sie hatten jetzt allerdings nach den oberflächlichen Tumoren gefragt. Da ist also sozusagen gewissermaßen die Chance, dass der Tumor, wenn er oberflächlich wächst, vollständig entfernt wird, relativ hoch, eigentlich sehr hoch. Das Problem bei diesen Tumoren ist eben, und da werde ich eben häufig auch gefragt, ist das jetzt bösartig, ja oder nein? Und man muss fairerweise sagen, ja, das ist ein bösartiger Blasenkrebs, aber er kann mit der Operation vollständig entfernt werden und wenn er weg ist, ist er weg. Aber wir haben eben das Problem in Anführungszeichen, dass diese oberflächlichen Tumoren dazu neigen, sehr häufig wiederzukommen. Man schätzt ungefähr oder weiß, dass es ungefähr 60, 70 Prozent der Patienten sind, die also nicht nur einmal so einen Tumor haben werden. Man versteht noch nicht so ganz, woran es liegt, dass Tumoren mal wiederkommen und mal nicht. Aber da muss man sich drüber im Klaren sein, dass es eben dann auch wichtig ist, nach so einem Eingriff wirklich regelmäßig, vierteljährlich sich einer Kontrollblasenspiegelung zu unterziehen, um wirklich sicherzugehen, dass der Tumor nicht nur weg ist, sondern auch weg bleibt. Würde es denn dabei helfen, zusätzlich noch eine Chemotherapie einzusetzen oder hat das gar keinen Sinn? Chemotherapie wird ja bei vielen Patienten häufig assoziiert mit so wirklich einer medikamentösen Therapie über die Vene, wo man dann die Haare verliert und solche Dinge. Es geht einem schlecht, genau. Es geht einem schlecht. Sowas ist in diesem Fall nicht angezeigt, aber Sie haben vollkommen recht, es gibt tatsächlich Mittel, die man in die Blase und nur in die Blase hineingibt für eine halbe Stunde. Man nennt das eine Installationstherapie, wo eben das Ziel durch dieses Chemotherapeutikum, was nur ganz lokal in der Blase wirkt, sein soll, diese Rezidivrate, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor wiederkommt, abzusenken. Und das gelingt in der Tat. Und deswegen ist es tatsächlich auch inzwischen von vielen Leitlinien empfohlen, dass man standardmäßig nach der Operation in den ersten 24 Stunden so eine Installations-Frühtherapie mit einem Chemotherapeutikum, aber wohlgemerkt nur in die Blase verabreicht durchführt und damit hoffentlich den Patienten in die Situation bringt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das wiederkommt, sehr gering ist oder zumindest abgesenkt wird. Und wenn es nun doch schlimmer kommt und der Tumor dringt tiefer ein ins Gewebe, dann müssen Sie ja doch wohl weitergehen. Vollkommen richtig. Und das hatte ich eben erklärt. Das ist so die große zweite Gruppe der Blasentumoren. Wenn man alle Blasentumorpatienten, die zum ersten Mal wegen so einer Erkrankung behandelt werden sieht, dann sind es ungefähr 70, 80 Prozent, die eben so oberflächliche Tumoren haben und 20, 30 Prozent, die invasive Tumoren haben. Und nur noch mal zum Verständnis. Wir wissen eben, dass wenn der Tumor tiefer wächst, also Stichwort Ziegelstein in die Muskulatur, dann ist es einfach auch gar nicht technisch mehr so richtig sicher und gut und möglich, den Tumor eben mit unserer endoskopischen Methode auszuschälen, sondern das Risiko ist einfach zu hoch, dass man da entweder Zellen verstreut oder eben sie nicht alle wegbekommt. Denn wir können natürlich auch nicht gewissermaßen ohne Ende die Blasenwand wegschälen, weil irgendwann gibt es dann Löcher und das ist eben auch gefährlich. Und deswegen müssen wir in solchen Fällen tatsächlich zu größeren Maßnahmen schreiten und typischerweise die Haarblase vollständig entfernen. Man nennt diesen Eingriff eben vollständige Blasenentfernung oder auch radikale Zystektomie. Ein Eingriff, vor dem man natürlich erst mal ein bisschen Sorge bekommt, weil das ist schon ein großer chirurgischer Eingriff, der mehrere Stunden dauert, der allerdings heutzutage an vielen Kliniken als Standardeingriff auch vorgehalten wird und den man auch für den Patienten sicher durchführen kann. Es ist aber eben so, dass bei diesem Eingriff tatsächlich, wie gesagt, längere Operationen notwendig sind, längere Narkose, ein größerer Bauchschnitt. Aber mit diesem Eingriff können wir eben auch Patienten, die von so einem invasiven Tumor betroffen sind, heilen und haben eben mit dieser Operation, die dann etwas großzügiger ist als so eine endoskopische Abtragung, schon die Chance und auch den Anspruch, den Patienten von diesem Tumor radikal. Das Wort ist immer so ein bisschen angsteinflößend, finde ich, aber das muss halt dann sein, weil wir es eben schon mit sehr aggressiven Tumoren zu tun haben und die müssen, aggressive Tumoren müssen eben auch aggressiv behandelt werden und damit können wir dem Patienten eine Heilung ermöglichen. Ja, ja schon, aber es ist ja in der Tat eine radikale Geschichte auch für ihn selbst, denn die Blase spielt eine große Rolle. Sie ist ja immerhin doch ein Ausscheidungsorgan und da fragt man sich, was kommt stattdessen? Vollkommen richtig. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, nämlich die Frage, wohin mit dem Urin, wenn die Blase weg ist. Wir reden hier eben nicht nur darüber, dass wir als Urologen bei sowas eine Blasenentfernung machen müssen, sondern wir müssen auch in einem zweiten Schritt in der gleichen OP für die sogenannte Harnableitung sorgen. Das bedeutet, wir müssen uns mit dem Patienten vorher intensiv unterhalten, wie seine Lebenssituation ist, wie er sich das vorstellt, was wir für technische Möglichkeiten haben, um eben eine Harnableitung herzustellen. Und dort gibt es, um das vielleicht kurz zu skizzieren, zwei bis drei Möglichkeiten. Man hat früher angefangen und einfach die Harnleiter, die also von der Niere den Urin in die Blase einleiten, an die Haut zu nähen im Sinne eines Harnleiterhautsturms. Eines Ausgangs, genau. Eines Ausgangs. Das ist eine sehr einfache Methode, die natürlich auch ihre Komplikationen und Risiken hat, die in den letzten Jahrzehnten, zwei, drei Jahrzehnten aber deutlich weiterentwickelt wurde. Es gibt nämlich eben auch die Möglichkeit, eine künstliche Harnblase zu basteln aus Darm. Okay. Patienten haben ja, Sie sehen es hier bei unserem freundlichen Modell, ungefähr so vier bis fünf Meter Dünndarm, den wir zweckentfremden, wenn man so will. Wir können also ein Stückchen aus diesem Dünndarm herausnehmen und es umformen in eine neue Harnblase. Mit all den Empfindungsmöglichkeiten, also wann der Druck groß genug ist, dass man Wasser lassen muss und ist das dann noch ein Muskel? Das kann ich mir jetzt alles nicht so vorstellen. Die Fragen sind genau richtig und müssen auch unbedingt vorher mit dem Patienten besprochen werden, weil natürlich ist das alles nach dieser Operation anders als vorher, denn in der Tat haben wir keinen richtigen Muskel mehr. Wir haben auch kein Organ mit dem Dünndarm. Der Dünndarm kann natürlich nicht das Gefühl, was wir kennen, wenn die Blase voll ist, melden. Dafür brauchen sie die Nerven der eigenen Harnblase, die dann aber entfernt sind. Trotzdem berichten Patienten, die so eine künstliche Neoblase haben, aus Dünndarm, die also versteckt auch an gleicher Stelle sitzt, die angeschlossen ist an die Harnröhre und die man dann entsprechend mit der Bauchpresse gewissermaßen entleeren kann. Denn der Schließmuskel ist ja erhalten und kann sie eben auch nach unten abdichten, ganz wichtiger Punkt. Und die Patienten, um darauf zurückzukommen, berichten, dass das Gefühl für Füllung sich wieder einstellt. Das fühlt sich zwar anders an als vorher, aber man entwickelt doch so ein gewisses Gefühl, ob diese Neoblase gefüllt ist oder nicht. Und dritte Variante muss man sich ja auch noch besprechen, also Stichwort Stoma, beziehungsweise Ausgang, künstlicher Ausgang. Das Klassische ist eigentlich heutzutage, dass man nicht die Harnleiter direkt an die Haut näht, sondern ein Stückchen Darm dazwischen schaltet, ein sogenanntes Conduit, also Urin mit überführt, weil das eben von der Komplikationsrate einfach ein bisschen günstiger ist. Die Stomaversorgung heutzutage auch tatsächlich sehr problemlos funktionieren kann. Und auch wenn Patienten sich das häufig in einem ersten Gespräch nicht vorstellen können, man dem Patienten doch sagen kann, dass sie zwar einen künstlichen Ausgang haben werden, aber mit einem vergleichsweise sauberen Urin, steril und eben auch sehr gut handelbar, sodass die Lebensqualität für viele Patienten dann immer noch deutlich besser ist, als wenn sie eben eine künstliche Neoblase manchmal haben, die eben nicht gut funktioniert oder die aus irgendwelchen technischen Gründen nicht gut machbar ist. Also das ist ein weites Feld, wo man auch intensiv mit Patienten sprechen muss im Vorfeld. Vielen Dank für das Interview, Herr Professor Wölfing. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen und auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017